Ein Notruf am Sölzer Friedhof erreicht in diesen Sekunden Mark Westerhofen und Gino Meier. Guten Tag. Sie haben angerufen? Ja, Franke, hallo. Schönen Tag, Meier. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich muss Ihnen mal was zeigen. Dann zeigen Sie uns das mal. Ich bin ein bisschen erschrocken. Sie haben wegen Grabständung angerufen? Richtig. Meine Mutter liegt hier und ich kann mir nicht erklären, was los ist. Sie werden es ja sehen. Ja, zeigen Sie uns das gleich. Ich habe einen riesen Schrecken bekommen, dass da auf einmal, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat sich da zu schaffen dran gemacht. Jetzt beruhigen Sie sich. Alles gut. Ja, natürlich. Ich wüsste nicht, warum man dem Grab von meiner Mutter sowas antun könnte. Es ist für mich ein Rätsel. Absolut. Absolut. Fehlt denn hier irgendwas? Die waren aber alle jetzt hier in Töpfe drin. Das war natürlich richtig dekoriert. Ich kann Ihnen auch ein Bild zeigen. Ich habe auch ein Bild sogar. Das kann ich Ihnen gerne zeigen. Dann können wir das vielleicht wesentlich besser bewerten. Ja, hier. Also so sah das aus. Und was halt auch fehlt, sind halt Katzenfiguren. Ich hatte hier überall, also meiner Mutter waren ihre Katzenfiguren immer sehr wichtig. Und die lagen halt alle. Das waren bestimmt so um die 15 Stück. Was schätzen Sie, was sind die so wert? Weil wir haben ja hier auch eine Sachbestätigung vor Ihnen. Also gar nichts wert sind die eigentlich gar nichts, aber die haben halt einen emotionalen Wert. Das verstehe ich, ist klar. Nehmen wir mal von der Menge jetzt her, wenn das so rund 15 Katzen waren, also das ist ja noch eine kleine von denen hier, ne? Aber die waren das jetzt so in der Größenordnung? Ja, ja, genau. Und Sie haben sich hier im Nahbereich auch schon mal umgeschaut, ob die irgendwo einfach hingeschmissen wurden oder was? Hier habe ich geschaut und da, aber dann habe ich Sie auch angerufen und dann habe ich auch nichts mehr verändern wollen. Versuchen wir mal die Sache mal aufzudröseln. In der Vergangenheit schon mal sowas vorgekommen? Niemals. Noch nie. Das erste Mal, Sie haben das Grab immer gepflegt. In welchen Abständen sind Sie hier? Ich versuche zweimal die Woche zu kommen. Zweimal die Woche? Zweimal die Woche bin ich da, gucke, ob alles beim Alten ist, übergieße bei dem Wetter. Haben Sie mit irgendjemandem Stress, Streit, Ärger, schulden Sie irgendjemanden, irgendjemanden auf die Füße getreten? Nein, gar nicht. Ich wüsste auch nicht, wer meiner Mutter das antun würde. Niemand. Der Kollege kommt ganz einfach da drauf, wenn Sie sich mal hier umgucken. Die anderen Gräber. Ganz genau. Da ist nichts dran. Die sind alle in Ordnung. Es ist nur dieses eine Grab. Genau. Schon eine persönliche Geschichte, ja. Also wenn die Katzen jetzt da weg sind, wenn das jetzt 15 Katzen sind, also ich trage die nicht alleine weg. Also ich denke jetzt mal so die Menge, da muss ich mir schon was mitnehmen. Was war das für Neues? Das ist aber nicht fritustypisch. Was sich nur wenige Meter entfernt abspielt, ist bei weitem nicht fritustypisch. Hey, auseinander! Hallo? Auseinander da, was ist denn da los? Lass uns mal los jetzt hier. Lass uns mal los, wir sind da. Mann, 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 Mann. Alles gut? Ja, nur ganz schön rot jetzt hier. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin hier der Friedhofsgärtner. Und der macht sowas hier, den Jungen hier am Ohr ziehen oder was? Komm mal hier rüber ein bisschen. Das Bürschchen hat hier die Mülltonne da umgeschmissen, dagegen getreten, die ganze Zeit randaliert. Und stört die Totenruhe. Das gibt's doch wohl gar nicht. Gut, das ist alles in Ordnung. Aber das ist eine Körperverletzung hier auch. Festhalten, bis wir da sind, völlig in Ordnung. Und wenn er sich wehrt, ruhig laufen lassen. Das ist alles kein Thema. Aber das ist eine andere Geschichte. Das hat man dem nichts zu tun. Alles gut jetzt bei beiden? Wie sieht's aus? So, jetzt mal deine Version hier. Bisschen Rötung. Was ist mit dem Mülleimer? Bruder, es sieht so aus jedenfalls, wenn's Müllheimer wär. Guten Tag. Alles in Ordnung? Mama. Mama, aufhören. Mama, okay. Wie alt bist du? 15 ist mein Sohn. Gut, dann ist ja gut, dass Sie da sind. Da müssen wir mal ganz kurz mal fragen, weil Ihr Name war? Markus Gauss. Der Herr Gauss. Ja. Gut, Herr Gauss. Der Herr Gauss hat festgestellt, dass Ihr Sohn mit diesem Müllhammer da irgendwie rumhantiert, hat Randale gemacht, hat dagegen getreten. Wenn ich was vergessen habe, sagen Sie mir das bitte. Und da liegt jetzt, was weiß ich, der ganze Unrat da irgendwo in der Gegend rum. Wir sollten ihn gerade befragen. Das erste, weil ich gefragt hätte, wie alt er ist, hat sich jetzt gerade erledigt. Und bei seiner Erziehungsberechtigte kann ich ihn jetzt sehr wohl mal befragen. Also, warum? Ich war ein bisschen sauer. Wir haben uns vorhin gestritten. Und hinzu kommt noch, dass mein Opa letztens gestorben ist. Mein Beileid? Ja. Was heißt gestritten jetzt? Wir hatten eine Auseinandersetzung eigentlich selten wegen Geld. Und eigentlich hatte ich mir freigenommen, dass wir was unternehmen. Und er wollte es dann vorziehen, etwas anderes zu machen. Und das habe ich immerhin verweigert. Und ich bin davon ausgegangen, dass er sich halt zum Grab von seinem Opa flüchtet, weil das seine Bezugsperson gewesen war. Aber du hast eine andere Idee gehabt, da bist du hingegangen und hast hier ein bisschen Randale machen wollen. Ich verstehe das ja gerade, da tut mir auch sehr leid. Aber wenn Opa nicht da und er ist hier, dann ist das ein bisschen schwierig. Doch bei diesem Einsatz geht es nicht nur um den Gewaltausbruch des Schülers. Die andere Geschichte ist, da hinten an einem Grab ist ein Grab ein bisschen verwüstet worden. Haben Sie davon irgendwas mitbekommen? Bis jetzt noch nicht, nein. Gut, das ist okay. Hast du da vielleicht irgendwas mitbekommen? Nein. Das ist also hier rauf und circa 50 Meter in diese Richtung. Ja, ich habe da vorhin irgendwie eine Frau am Grab rumfummeln sehen. An einem Grab, wo ganz viele Katzen drauf waren? Auf jeden Fall war da hinten irgendwie eine Frau. Eine Frau war da gewesen. Ja. An dem Grab hat die da irgendwas gemacht? Oder hat die da das Grab gepflegt und ein paar Blüten eingesteckt? Ja, die Frau war auf jeden Fall auf dem Boden. Da hat irgendwas am Grab gemacht. Was hat die Frau am Grab gemacht? An dem Grab da hinten? In der Reihe da hinten? Ja, der sagt ja gerade da hinten irgendwo. Das weiß er nicht genau. Ja, also da, ich meine... Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Gehen wir mal kurz durch seine Sachen schauen. Ne, ne? Hast du ja nichts zu verbergen, oder? Nein. Vielleicht wegen den Katzen mal nicht. Wir haben mal den Rucksack mal her. Währenddessen will ich mal weiterzählen mit der Frau, ne? Das ist natürlich nicht in Ordnung. Nein, das geht gar nicht. Die ist auch, glaube ich, beschädigt. Ich werde von meinem Recht Gebrauch machen. Ja. Gehen wir mal durch. 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 Trinken und ein paar Schubschen da noch drin. Hier vorne noch drin. Nicht mehr. Die Frau hat mir da vorne, die da eben war, bevor ich sprach, hat mir 50 Euro gegeben. Damit ich die nicht verpfeife. Also hat sie da doch was Unrechtliches gemacht. Hier, Rucksack gebe ich Ihnen schon mal wieder. Also Sie haben die jetzt erst, haben Sie uns gesagt, Sie haben da gesehen, dass da eine Frau war. Gut, jetzt sagen Sie halt, okay, Sie wissen nicht, ob Sie auf dem Grab was gemacht haben. Dann sagen Sie uns jetzt, da hat uns die Dame da 50 Euro hat sie mir gegeben und sie möchte nicht verpfiffen werden. Und deswegen 50 Euro. Das schlechte Gewissen scheint ja doch jetzt groß bei dir zu sein, ne? Das Geld hatte ich ja definitiv nicht gehabt. Also normalerweise hat sie die 50 Euro nicht in der Tasche. Okay. Es sah schon so ein bisschen aus, als ob die das Grab irgendwie verwüstet hat oder so. Wie sieht die denn aus, die Frau? Etwas größer, blonde Haare, eine rosa Bluse, blaue Jeans. Ich muss was sagen, die Beschreibung, die du gerade gesagt hast, ein bisschen größer, zurückgesteckte blonde Haare. Ja, könnte sein, ja. Das, das, ich meine, da kennen Sie mich für verrückt, aber das klingt wie meine Ex. Das klingt wie meine Ex-Freundin. Also wäre das auch eine, wenn Sie jetzt sagen Ex-Freundin, mutmaße ich jetzt einfach mal, die hätte vielleicht auch einen Grund, sowas zu machen. Oder wie kommen Sie jetzt darauf? Auf so eine Idee würde ich jetzt nicht kommen. Also nicht, dass sie auf diese Idee kommt, ja. Aber wir haben einen Schluss gemacht. Das hat nicht gepasst. Sie hat mir zu sehr geklammert. Ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Ist jetzt ungefähr eine Woche her. Also noch ganz frisch. Noch ganz frisch, ja. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, aber die Beschreibung, die er sagt, trifft auf sie zu. Das Motiv der Ex-Freundin ist für alle Beteiligten allerdings ein Reizel. Auf dem Weg zum Grab registriert Gino Meier plötzlich eine auffällige Bewegung. Hinten im Gebüsch, da steht doch jemand, oder? Habe ich nicht gesehen. Okay. Vielleicht hören wir es gerade mal auf. Du links, ich rechts. Ich gehe aus morgen. Ich gehe einfach weiter. Wir machen das jetzt so. Wir gucken uns jetzt da in dieser Richtung ein bisschen um. Wir gucken jetzt nochmal nach den Katzen hier durch die Büsche. So ist das, ne? Ich kriege dann Bescheid dann. Sie kriegen auf jeden Fall Bescheid von ihm, oder? Gehen Sie mal ruhig mit dem Kollegen da mit hier. Alles gut hier. Guten Tag! Polizei! Bleiben Sie mal bei mir! Marc! Hier! Bleiben Sie mal schön stehen. Alles gut. Sie sind bestimmt die Frau Münch. Ja. Hallo Frau Münch. Wir sind von der Polizei. Was verstecken Sie sich denn da? Hat es dir weh getan? Ich glaube es nicht. Sie ist es wirklich, ja. Wie hat sich das angefühlt? Das wäre dafür, dass du mich verlassen hast. Dass du mich verlassen hast. Spinnst du eigentlich? Mich hat noch nie jemand verlassen. Wo sind denn die ganzen Katzen? Ich finde das einfach gerecht. Die stehen da hinten. Haben Sie das gesehen? Ich habe den Karton gesehen. Der Karton steht direkt auf der anderen Seite. Das ist peinlich einfach nur. Das ist peinlich. Mit diesen Katzen. So, alle ruhig jetzt. Gehen wir gerade mal gucken. Hier holst du die Katzen, Marc. So, und wir gehen schon mal langsam zum Auto. Ja, weil Sie begleiten uns. Und wie gesagt, sie kriegen noch Post von uns, können dann noch eine Aussage zu machen. Die Ex muss sich wegen Störung der Totenruhe, Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten. Und zwar.